Du bist Händler auf Ebay und betreibst gerade deine Produktrecherche und möchtest profitable Artikel finden, die man bei Ebay verkaufen kann? Dann stelle ich dir heute ein Tool vor, das von Ebay zur Verfügung gestellt wurde, und zwar kostenlos für alle Shopbetreiber bei Ebay. Und zwar nennt sich das Therapik. Dieses Tool eignet sich auch für alle die, die zum Beispiel auch die Produktoptimierung machen möchten. Das heißt, ihr bestehendes Angebot optimieren möchten, um bessere Verkäufe zu erzielen. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, die Selbstständigkeit, Motivation, Investitionen und vieles mehr, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Wir starten das Ganze an meinem Notebook und schauen uns das Tool Therapik mal genau an und gucken, wie wir damit Produktrecherche betreiben können. Lasst uns loslegen. So, ich befinde mich hier auf der Startseite von ebay.de und möchte euch einmal demonstrieren, wie ich bislang immer nach Artikeln gesucht habe, um zu schauen, wie gut verkaufen die sich und wie gut werden diese positioniert. Und das habe ich bislang immer so gemacht, dass ich den Artikel einfach mal gesucht habe und im Moment laufen ja Schlitten sehr viel, weil gerade viel Schnee in Deutschland ist und deshalb werden diese gut verkauft. Und das habe ich bislang immer so gemacht, dass ich dann den Namen gesucht habe, dann nach den ersten Artikeln geschaut habe, die ganz oben sind und sind meistens mit Anzeigen versehen, wie ihr seht, aber auch die, die sich sehr gut verkaufen natürlich. Und dann bin ich mal so auf den Artikel, habe ich dann geklickt und habe dann geschaut, okay, dieser wurde zum Beispiel jetzt in den letzten 24 Stunden 81 Mal verkauft. Dann habe ich da mal so eben drauf geklickt und geschaut, okay, in welchem Zeitraum hat er denn die letzten verkauft. Und wir können hier sehen, zum Beispiel wird jetzt hier nicht angezeigt, aber im Normalfall steht hier 100 Stück von. Das sind die letzten 100 Verkäufe, werden hier in der Historie immer angezeigt. Und dann hat man so ungefähr abwägen können, ob dieser Artikel profitabel ist oder nicht. Und das ist natürlich sehr umfangreich, wenn man das ständig bei jedem Artikel machen muss und teilweise wiederholen sich hier die Verkäufer und so weiter und so fort. Dazu hat uns, wie angekündigt, eBay ein Tool zur Verfügung gestellt, was sich Therapik nennt. Und das schauen wir uns mal genau an, wie kommen wir da drauf. Und zwar, wenn wir hier auf mein eBay Verkaufen klicken, gelangen wir ins Verkäufer Cockpit Pro und können uns das Ganze hier unter der Marktanalyse aufrufen. Und zwar nennt sich das Ganze hier Therapik Produktrecherche. Dieses Tool eignet sich sowohl für die, die gerade nach einem Produkt suchen und vielleicht ein profitables Produkt finden möchten und für die, die momentan ein bestehendes Produkt haben und schauen wollen, wie sie es optimieren können, wie sie es besser verkaufen können. Sowohl dies als auch das eignet sich dafür, dieses Tool, um eine Analyse zu machen. Auch hier geben wir den Schlitten ein und schauen mal, wie gut sich dieser verkauft. Ihr habt hier, wie ihr seht, sehr viele Sachen. Ihr könnt hier den Suchbegriff suchen. Und ihr könnt zum Beispiel und, oder auswählen, was als zweite Bedingung in der Suche berücksichtigen soll. Das müsst ihr aber nicht, deshalb lasst das frei. Das muss nicht unbedingt gemacht werden. Ihr habt hier eine Kategorie, die ihr direkt auswählen könnt. Im Normalfall, wenn ihr den Schlitten jetzt eingegeben habt, schlägt ihr euch schon Kategorien vor und in dem Falle könnt ihr das hier auswählen. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt speziell die Kategorie schon direkt mit auswählen. Der nächste Vorteil ist, es werden alle Marktplätze durchsucht. Zum Beispiel könnt ihr auf ebay.de suchen. Ihr könnt aber auch alle Websites, also alle Marktplätze von ebay, auf allen anderen oder in allen anderen Ländern suchen und demnach das Ganze vergleichen. Wenn ihr eure Suche aber auf Deutschland begrenzen wollt, solltet ihr das natürlich hier auch beibelassen. Des Weiteren könnt ihr hier zum Beispiel den letzten Zeitraum festlegen. Das heißt, die letzten 30 Tage, wie gut hat sich der Artikel in den letzten 30 Tagen verkauft, oder fürs ganze Jahr. Ich nehme es gerne immer fürs ganze Jahr, damit man schauen kann, ist es denn auch ein Saisonartikel. Das ist sehr wichtig, um sich auf diesen Artikel eventuell festzulegen, weil es kann sein, dass ihr außerhalb der Saison kauft und diesen Artikel dann nicht verkaufen könnt. Und natürlich sollte man vor der Saison dieser Artikel auch einkaufen. Deshalb ist es gut, das Ganze hier zu recherchieren. Des Weiteren könnt ihr hier zum Beispiel die Preise, Minimumpreis festlegen, sowie auch Maximumpreis. Ihr könnt hier auswählen, Neu, Festpreis, Preisvorschläge akzeptieren. Das sind die Angebote, die das beinhalten sollen. So, und dann könnt ihr noch die Standorte für Käufer, sowie auch Verkäufer aussuchen. Das muss aber jetzt nicht separat ausgewählt werden. Es reicht, wenn ihr hier einfach nur auf alle das Ganze auf Standard belässt. So, und dann recherchieren wir das Ganze mal und schon spuckt er uns das Ganze hier aus. Die Auswertung sieht folgendermaßen aus. Also, wenn wir hier mal den Schlitten anschauen, wurde dieser in den letzten 365 Tagen fast 90.000 Artikel wurden verkauft. Das sehen wir hier oben, ganz kleines Fenster. Wir haben hier direkt erstmal Verkauf angeklickt. Es gibt aber noch die aktive Variante. Das heißt, wir schauen uns erstmal die verkauften Anzahlen an. Und wir sehen hier schon mal, der Durchschnittspreis liegt bei 28,37 Euro. Wir haben eine Preisspanne von 81 Cent, fängt das Ganze an, bis 1.353 Euro. Wir haben einen durchschnittlichen Versandpreis von 5,16 Euro. Aber ein kostenloser Versand wird von 73% der Händlern angeboten, was ich auch immer rate. Denn das sieht immer besser für den Käufer aus und ist attraktiver. Insgesamt verkauft haben wir hier oben schon gesehen, 88.191 Stück. Und ab Verkauf haben wir hier gerade keine Prozentzahl. Denn des Weiteren haben wir hier die Verkäufer insgesamt. Es waren 2.617 Verkäufer, die in dem Suchbegriff Schlitten etwas angeboten haben. Und dann haben wir auch hier die Gesamtsumme von 2,5 Millionen Euro. Und dann haben wir darunter direkt schon die Angebote und können hier schon einige Daten sehen, die für uns interessant sein können. Und zwar sehen wir hier die Gesamtzahl der Verkäufe. Wir sehen hier die Gesamtzahl des Umsatzes. Wir sehen, wann der Artikel als letztes verkauft wurde. Und ein paar Einzelheiten, die vielleicht jetzt hier für die Angebote nicht angegeben sind. Und dann können wir natürlich jedes Angebot direkt anklicken und uns das separat anschauen. Was für uns natürlich wichtig ist, welches Angebot wie viel Umsätze hier und Verkäufe generiert hat. Und das Ganze ist hier tatsächlich sehr, sehr gefragt in letzter Zeit. Was ihr noch machen könnt, ist hier einen Verkaufstrend anzeigen lassen. Und da können wir zum Beispiel auch sehen, ob es sich hier um einen Saisonartikel handelt oder ob das das ganze Jahr über gefragt ist. Und wie wir hier sehen, ist es tatsächlich ein Saisonartikel, was von einem Schlitten auszugehen ist. Natürlich und das ist jetzt erstmal der durchschnittliche Verkaufspreis, der interessant ist. Und wir sehen hier, dass der Verkaufspreis um einiges sich erhöht zum Winter hin. Natürlich, wo die Saison ist. Des Weiteren können wir hier blättern und schauen, wann werden die meisten Schlitten verkauft. Und wir sehen hier, ab November bis Februar ist hier die Saison dafür. Das heißt, wenn du diesen Artikel verkaufen möchtest, dann solltest du hier definitiv im Oktober, vielleicht schon September, dich mit diesem Artikel bewaffnen, beziehungsweise Lagerbestand dir anhäufen und dann sehr gute Verkäufe in der Saison machen zu können. Dann haben wir noch hier das Ganze zueinander gestellt. Und wir sehen hier, ist auch hier der Anstieg zu sehen. Und wir haben noch einen Marktanteil, den wir uns hier anschauen können. 10% der Verkäufe haben 80% des Umsatzes erwirtschaftet. Das heißt, für uns in dieser Branche kann man definitiv Geld verdienen, denn die Konkurrenz ist in dem Falle nicht so groß. So, schauen wir uns das Ganze mal dann in der aktiven Ansicht an. Das heißt, hier werden uns jetzt Angebote angezeigt, die gerade aktiv sind. Und hier anhand dieser Zahlen können wir auch schon einiges rauslesen. Wir haben hier jetzt einen durchschnittlichen Angebotspreis von 125 Euro. Das heißt, der Preis für Schlitten ist sehr stark nach oben gegangen. Warum? Weil einfach die Nachfrage sehr groß ist. Und die Nachfrage bestimmt definitiv auch den Preis. Aber natürlich auch das Angebot, wie ihr wisst. So, dann haben wir hier nochmal einen Angebotspreisbereich von 1 Euro bis 4.000 Euro. Okay, hier sind wohl größere Schlitten mit dabei. So, dann haben wir einen durchschnittlichen Versandpreis von 17 Euro. Das interessiert uns nicht so groß. Kostenloser Versand wird in dem Falle 42% angezeigt. Und wir haben hier Anzeigenprozentzahlen. Hier sehen wir nämlich jetzt, wie viele Beobachter, hier sind einige Daten dazugekommen, wie viele Beobachter die Verkäufer haben. Und wie viele Anzeigen denn geschaltet werden für das jeweilige Angebot. Und wir sehen hier 44%, also die Hälfte der Angebote sind mit Anzeigen versehen. Deshalb ist es auch wichtig, dazu habe ich schon Videos gemacht, verlinke ich dir unten in der Beschreibung, wie du bei Ebay Anzeigen schalten kannst für deine Angebote, um besser zu verkaufen. Und man kann es so sehen, dass die Beobachterzahl ein großes Indiz dafür ist, dass dieser Artikel sehr groß und sehr stark gefragt ist. Und deshalb kann es sich durchaus auch für dich lohnen, diese Artikel hier mit anzubieten. Wir sehen hier, das sind diese Schneeflitzer, Schneerutscher. Und die sind sehr gefragt und werden sehr günstig verkauft. Und das meiste, was verkauft wird, ist halt das Günstige. Und das kann durchaus lohnenswert sein, diese Artikel mit anzubieten. Und so kannst du dir das Ganze hier anschauen. Was können wir hier noch sehen direkt, ist für die, die beispielsweise jetzt schon Angebote haben und vielleicht ihre Angebote optimieren möchten, dann sehen wir hier, welche Keywords bzw. welchen Angebotstitel der Verkäufer benutzt. Und da kann man sich einiges abschauen, um auch eventuell ein paar Sachen mit zu übernehmen, um ungefähr die gleichen Verkäufe erzielen zu können. Und wir sehen hier zum Beispiel, er hat einfach Keywords benutzt, die tatsächlich häufig gesucht werden. Genauso auch wie dieser hier. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass der gleiche Verkäufer ist. Aber wenn wir mal ein Stück weiter runtergehen, sehen wir hier ganz viele Sachen schon, die mit Schlitten gar nicht viel mehr zu tun haben. Das sind zum Teil Dekoartikel. Scheinbar hat er jetzt aus allen Kategorien das Ganze genommen. Auch hier können wir uns aktuelle Trends ansehen und anzeigen lassen. Wir sehen hier die Anzahl der Angebote. Und zwar mit den Preisen von 1 Euro bis 425 Euro werden hier die meisten Verkäufer erzielt. Danach nimmt das Ganze natürlich rasant ab. Die nächste Anzeige wäre zum Beispiel Verteilung der Angebote in Top-Kategorien. Und wir sehen hier, dass mit dem Suchbegriff Schlitten sehr viel in Auto- und Motorradteile gesucht wird. Unsere, was wir jetzt eigentlich gesucht haben, waren hier in dem Bereich Sport. Und wir sehen hier 252 Angebote sind hier aktiv. Also auch eine recht gefragte Kategorie. Und ja, so viel dazu. Ihr seht es hier, wir können hier tatsächlich anhand der Zahlen sehr vieles herauslesen und sehr vieles uns anzeigen lassen. Dementsprechend nutzt dieses Tool, versucht damit ein bisschen zu spielen und guckt euch an, wie ihr das Ganze hier für euren Nutzen nutzen könnt und damit dann eure Angebote anpassen könnt oder eventuell eine Produktrecherche betreiben könnt, um einen neuen Artikel zu kaufen und wieder zu verkaufen. Soviel zu dem Therapik-Tool. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreib mir unten gerne in die Kommentare. Ich werde diese so schnell wie möglich beantworten. Ich freue mich, wenn du einen Kommentar dazu schreibst, wenn du keinen Shop abonniert hast und dennoch Therapik nutzen möchtest, um Produktrecherche zu betreiben. Würde es mich freuen, wenn du mir sagst, was das denn für die, die keinen Shop-Abonnement haben, kosten soll. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich, drücke auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Produktrecherche, viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Alles Gute, Tschüss!